hallo und willkommen zurück hier wieder in der minecraft meine damen und herren und ich stehe noch beim guten alten fisch doch es geht euch gut ich nehme jetzt noch mal auf ab heute schon aufgenommen anfang des tages aber jetzt brauche ich natürlich für morgen auch noch eine folge und auch jetzt heute werde ich wieder nur eine folge die jetzt aufnehmen und dann ja wieder beenden es ist momentan alles nicht so optimal falls ihr das merkt weil ich mache trotzdem nicht versuchen bestes immer noch zu geben und euren content natürlich zu liefern aber ich versuche natürlich auch dass ich die lust daran nicht verliere sage ich mal so mein kolleg jetzt lauf halt mal und selbst split oder was und keine schon ich habe keine keine line dabei mein freund jetzt ja auf geht's ja komm reicht das nicht dass du dich da als farmer registriert okay ich weiß nicht was man mit dem tauscht am anfang wenn er sich jetzt mal zur farmer entwickeln sollte es anhört entwickelt brauchen wir weizen ist die frage oder brauchen wir emirates ich nehme beides mit er ist gesagt ich nehme einfach mal ganz kurz weg 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 so macht es so am besten hätte ich jetzt alleine mitgenommen ich weiß er kommt wohl ich schnell der check das nie Die Frage ist, wo haben wir die? Die Frage ist, wo haben wir die? Ja, wir müssen immer noch einen Rudolf zurückholen. Leute. Das vergesse ich ja komplett. Gut, andere Frage. Ich habe keine Leine, ne? Einziges, wenn ich Leine habe, dann hier oder hier. Mann, bin zu blöd. Ich weiß gar nicht, ob das bei Village angeht. Aber ich hoffe. Wäre richtig stressig, finde ich. Nein. Es geht nicht. Okay, cool. Okay, komm, Kollege. Wieder hoch. Du musst da hoch. Nein. Nein. Jetzt ist er da drin. Ich glaube, ich spinne. Okay. Das war dann wohl nichts. Huche. Wie bekomme ich dich jetzt daraus? Weil von alleine gehst du ja nicht. Ich weiß auch nicht, warum du irgendwie strikt was dagegen hast, hier jetzt für mich zu arbeiten. Oder dir mal eine Wohnung zu suchen. Oder einen Job. Irgendwas. Aber Freunde, das ist ein bisschen schwierig, weil du bist sehr einsam hier. Aber ich weiß nicht, was ich meine. Nimmst du dich persönlich, okay? Boah. Ansonsten. Ja, super jetzt. Ist ja dann gar nicht stressig. Ich denke mir mal. Nicht, dass das zu groß auch ist, ne? Zu große Abstände. Ich meine hier unten, glaube ich, passt das gut. Bei oben dann. Müssten wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, das ist sowieso von Anfang an nicht sicher gewesen, ob hier alles klappt. Und dass der ein Volleyhorst hier ist, damit habe ich nicht gerechnet. Warum läuft denn der von selbst nicht? Ja, mach was. Ja, natürlich. Ist super. Super Sache. Gebt ihm mal unsere Weizen, damit er einfach mal was hat. Ich weiß gar nicht, ob der sich schon nimmt. Wenn er noch kein Farmer ist. Weiß ich wirklich nicht. Okay, Kollege. Noch einmal. Du machst Farmer. Kann man das sein? Soll das jetzt sein? Der sammelt das nicht ein. Ja, cool. Aber du nervst mich, gell. Du nervst mich hart? Warum bewegt er sich nicht? Habe ich was im Minecraft verpasst? Was Grundlegendes? Habe ich Mechaniken nicht verstanden? Bin ich der, 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 der komisches? Was ist denn mit dem? Tu was. Und ich sage, dass das Schaf macht mehr. Ja. Was denn? Irgendwie creepy. Der macht nix. Der geht mir auf Sorg. Und dann halt nicht. Frage ist. Werde auch keinen zweiten schon bekommen, oder? Wäre natürlich optimal. So. Gut. Abgesehen davon, was ich jetzt geplant habe. Ich muss erstmal hier alles umstrukturieren. Warum? Das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar, ich möchte jetzt erst die ganzen Betten haben. Ich möchte erst die ganzen Betten verteilen. um dann die Innereinrichtungen draußen drum zu machen. Weil ich wollte ja es umgekehrt machen. Aber ich finde, das macht so keinen Sinn. Vor allem, wenn wir jetzt jemanden haben, der sich nicht gerade schlau anstellt. Ah. Redwood. Was? Wie viel kriegen wir da hin? 29. Gut. Schauen wir mal, das reicht. Ja, Phantome. Ich verstehe es. Ich hätte auch keinen Bock mehr, wenn ich hier wäre. So. Genau. Ich wollte hier eins haben und da eins haben. Perfekt. Dann haben wir die Hütte. Da sagen wir noch ein fünftes. Passt nicht rein. Ne. Muss auch nicht. Das ist absolut okay. Jetzt gemütlich. Das gräumig. Das passt. Das passt auch. Bisschen vollgestellt, merke ich. Aber es ist in Ordnung. Bisschen sehr schräg. Gut. Hier hinten haben wir ja noch nichts gemacht. Der bewegt sich da nicht, ne? Sagt mir nicht, der hat hier auch irgendwie so Axt wie manch einer unserer Tiere es schon hatte. So, machen wir da die zwei hin. Hier hätte ich gesagt, nochmal eins so und eins so. Ein bisschen Abwechslung kann man schon machen. Auch in so kleinen Hütten. Das geht ganz gut. Hier machen wir Standard. Da machen wir beide jeweils so am Fenster mit dem Kopf. So. Ne, ich wollte ja sagen, jetzt haben wir das Doppelhaus, aber das haben wir noch gar nicht. Machen wir das so. Hier. So. Nur noch fünf Betten. Jo. Okay. Ist nicht viel. Jetzt haben wir hier das Doppelhaus. Eins. Zwei. Drei. Vier. Gut, denn das Doppelhaus kommt fünf rein. Ne, kommen nicht. Wir sagen aber, ne, das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Wir brauchen noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das Hotel. Da weiß ich nicht, wie viele das am Ende werden. Das ist offen. Ich könnte, glaube ich, schon mal hochschauen. Deswegen mache ich jetzt einfach mal ein paar noch. Äh, so viel wie noch mal geht. Machen wir noch mal ein Stack. Weil, ey. Warum nicht? So. Gut. Äh, rüber. so hier das ist hier schon gut hier kommen jobs rhein Unten Deswegen gehe ich mal nach oben Weil wenn, dann geht es hier in die Zimmer Genau Oh Gott, ja wir haben noch nie wirklich fertig gebaut Zwei Zwei Oben ist dann der Pool Da brauchen wir natürlich nichts mehr Brauchen wir auch immer noch Türen drin Würden wir nicht vergessen Ich hätte schon gesagt Drei pro Zimmer Jeden Fall Auf jeden Fall drei pro Zimmer Deswegen machen wir das so Auch nochmal im Fenster Gut Haben wir dann alles Sollten Erstmal Das heißt Zwei Sechs Achtzehn Zwei Vierzehn Sechzehn Zwanzig Vierundzwanzig Zwanzig 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 Drei Vierfünf 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 Vierfünfünf was ich kann dich nicht hören es ist so dunkel hier wie krieg ich daraus in keinen bist du blöd bist blöd du bist blöd es blöd ja ja und ihr den job und ihr den job willst du deinen job erst fahren mal leute erst farmer erst farmer ist farmer 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 wo ist das zeug ich brauche das zeug ich brauche das zeug wo ist das zeug ich blöd wo ist das zeug überfordert und überfragt sie ja hier sind die smaragder bewusstes weizen habe ich das weizen wirklich weggelegt bin ich so blick gewesen jetzt bleibt doch mal bitte stehen kurz und nimm die nimm die ja so und jetzt kann es anfangen kannst du kannst anfangen warum bist du immer noch es ist normal dass er immer noch neuling meine durchgessen jetzt ist er leerling und er baut was ab es geht los es geht los was für bar frucht er jagt mir mal äpfel äpfel genau steckt dich doch nicht von mir ein keks für ein bis mal für 18 kekse und du weißt auch nicht was du machst er weiß auch nicht was er macht was tradet der mit mir absolut op er ist experte seltsame suppen und mir ist eigentlich egal ob du bist voll okay er ist meister auch alles kostet eins ist es ist sehr gut da du jetzt meister bist brauche ich mit dir nicht mehr treten ich habe mir mal eine seltsame suppe rein jampus glaube ich ne jampus tagen ich sehe es nicht gut weil es vorbei ist jampus ist das klar und das ist krass wie gut der halt schädet ne bin ich schon recht total okay jetzt tatsächlich erstmal darin wem es nicht passt entscheid mich mal weizweißle fragt es wir haben endlich einen funktionierenden bauern der sogar meister ist der name tag hat und nicht der schlaust ist muss man ehrlich ehrlich sagen er ist nicht der schlauste schau mich doch mal an jetzt ja man macht doch mal den leuten einen gefallen und zeig dich von deiner schönsten seite perfekt so lampen habe ich auch sehr schön jetzt ich meine wir haben die einzige möglichkeit wirklich die einzige entweder fange ich an als nochmal in anführungszeichen langzeit projekt dass ich von unserem keller aus bisschen tiefer gehe und ein minensystem ans festland mache wo natürlich dann nur ich rein kann und auch von außen nichts rein kann spricht dass ich dann hier so eine art bahnhof baum irgendwie hat sich das doch nach einer idee an oder ich meine dadurch hätten wir dann die möglichkeit besser und schneller am villager zu kommen weil am festland spawnen dann doch mal häufiger welche als jetzt bei uns im wasser irgendwo weil wir alles ausgeleuchtet haben und ja auf unsere insel sowieso nichts mehr spawnen deswegen denke ich wäre das doch eine ganz coole idee oder also unser keller ist ja hier unten dann wird hier unten eine line durchgehen und dann wird hier so der bahnhof stehen wenn dann wäre das jetzt ein spontaner einfall von mir und ich glaube das werden dann nochmal ein paar folgen extra damit das projekt dann natürlich nicht zu schnell vorbei geht wo ihr sowieso keine angst haben braucht weil das dauert schon noch ähm es kann gut sein dass es auch noch 300 folgen haben wird äh solange es mir halt wirklich noch spaß macht und wir auch noch so kleine erfolge haben und äh vor allem das modpack ist noch zulässt ne ach ja er tut mir jetzt schon leid er ist einfach meister verkauft gutes zeug möchte den leuten nur was gutes geben aber jetzt keiner da dann gehen wir mal ins wasser muss auf jeden fall gleich schlafen ich vergesse die ganze zeit dass wir hier einen frack haben habe ich das jemals eigentlich gelootet ja denke normalerweise müsste jetzt hier eine schatzkarte drin sein außer es gibt noch eine ich habe das nie gelootet das teil dann lasse ich es auch ungelootet ach was ist das denn ich habe das nie gelootet krass ok wir schwimmen mal hier so durch ist das ein hölleneingang ah oh no das ist ein hölleneingang der unter unsere insel führt das ist etwas das ich nicht gern sehe weil das ist ein schwachpunkt als wir mal angegriffen werden sollten was eigentlich keinen sinn macht in dem mod pack aber muss ja vorbereitet sein also ich glaube das hat wenig sinn wir hatten da echt extrem viel glück dass wir da den einen kollegen gefunden hatten im wasser den wir jetzt haben obwohl ihr mir natürlich noch gerne reinschreiben könnt wie er der heißen soll obwohl ich auch die idee irgendwie lustig fände wenn wir den einfach fisch lassen weil er so er sich so verhält wie einer aber ansonsten klar für den nächsten dann haut gerne namen rein auch gerne eure eigene namen wenn ihr teil davon sein wollt wenn ihr bock drauf habt hier im projekt verewigt zu werden es war ja von anfang an geplant von mir dass sowas dann passiert deswegen jo auch die ganzen tiere die wir noch rein bekommen auch da solange wir noch jetzt am anfang sind habt ihr halt ja den vorteil dass ihr es noch frei aussuchen könnt später die zeit dann vielleicht kritischer ich glaube das dauert noch wenn wir noch das skelett pferde seine sprung 2,48 ist ja so erbärmlich aber ich habe nicht das gefühl dass wir hier glück haben ja auf jeden fall also dann für projekte für die nächsten folgen wir machen auf jeden fall hier im minensystem und bauen einen bahnhof auf die andere seite damit wir einen zugangspunkt haben das hört sich absolut nach einem guten plan an wo ist unser kollege oh nein sagten wir nicht weil dann muss ich was dann muss ich was ändern ok ich kann die raus klicken aber das ist super dämlich dass sie sich da einfangen und dann nicht mehr rauskommen von allein wir haben immer noch unsere eine biene und unseren fuchs hier als dauergäste ach wir haben mittlerweile zwei füchse hier bart und das kind weil ich bin ja schon ewigkeiten weggelaufen warum auch immer und ich weiß noch nicht wohin und wie das passiert ist und ach wer weiß auf jeden fall schön naja ist doch schön wie er da am see chillt wirst du mich jetzt verarschen wirst du mich jetzt verarschen wirst du mich jetzt verarschen ich habe einen villager was passiert da 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 aber wo das sagen wir nicht die können hier einfach so spawnen weil dann wird das kritisch dann wird das hier krieg jedes mal äh ich muss vorbereitet sein wo sind hier weil ich nicht weiß ob die hier spawnen oder nicht ich hab das horn von hier irgendwo gehört die werden auf der anderen seite sein oder das nächste ist ja hier der punkt ich also also wild ja war mir aber klar unsere insel wird immer ja soll ich sagen immer spannender und aufregender auch für außenstehende vor allem für pillager raids ich glaube nicht dass hier aufkommen aber es kann bestimmt mal passieren aber dafür brauchen wir einfach dann die leute wir brauchen eisengolem wir brauchen mehr mehr villager so ich schaue jetzt nochmal aber ich glaube nicht sonst sind wir jetzt eh schon wieder am ende gleich der folge dann nicht so viel passiert außer dass er ihren beruf hat meister geworden ist und wir angedroht wurden angegriffen zu werden das ist unser tukern hier ist das feiere ich eigentlich auch ich denke da nicht schon namen gegeben nein dann ändere ich das mal ganz kurz wohl auch nicht weil ich fettfänger das fisch nein das sind fisch ne ok komm du kannst du willst doch auch fischen nennen äh heißen fisch passt gesagt wir haben genug einfach reinschreiben wie die wirklich heißen sollen und ich ändere es dann weil der tukern wird auf jeden fall nicht fisch heißen so der villager wahrscheinlich schon oder tukern nicht ok ok gut Leute ich glaube das mit dem angriff wird nichts aber wir haben ein ein zombie auf unserem frag da hinten oh yes oh yes ja ja mein freund du gehst unter äh kann ich zombies an die langen nein kann ich auch nicht schade wird es auf jeden Fall einfacher machen vor allem wird es einfacher machen dass der hier hoch kommt dann ich meine erstmal muss er zum ertrunkenen werden achja bin ich blöd oh mein ich bin wirklich blöd er ist jetzt zum ertrunkenen geworden aber wie blöd bin ich denn Ich will gar nicht wissen, wer schon kurz davor war, was in die Kommentare zu schreiben. Oder wer schon was in die Kommentare geschrieben hat. Oh Gott, bin ich blöd. Oh, das habt ihr jetzt nicht gemerkt, okay? Das habt ihr nicht gemerkt. Was bringt mir denn ein normaler Zombie? Ich habe ein Zombie-Villager gebraucht. Oh, bin ich blöd. Krass. Okay, Leute, ich glaube, dann beende ich jetzt mal die Folge. Ich habe mich zu früh gefreut. Und ich bedanke mich mal wieder, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen unterhalten, diese kleine Extra-Folge wieder. Ihr sagt, ich hoffe, ich hoffe sehr. Ich kann euch nichts versprechen, dass ich morgen nach der Arbeit dann wieder länger aufnehme. Ein paar mehr Folgen mache. Aber momentan kann ich da wirklich nichts versprechen. Ich schaue einfach, dass täglich trotzdem eine Folge kommt. Egal wie. Aber ja. An der Stelle war es das. Wie gesagt, schreiben wir gerne auch noch mal eure Sichtweise oder wie ihr es dann so hält oder was ihr davon hält mit meinen Plänen mit so einer Station. Aber ich glaube, das packen wir dann an. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf euch. Ansonsten lasst mir gerne Bewertung da, wenn euch es wirklich gefallen hat. Ja, noch einen netten Kommentar, wie ich es ja schon die ganze Zeit erwähnt habe. Und ein kostenloses Abo. Das würde mich sehr freuen. Dann unterstützt ihr mich weiterhin auf dem Weg zu den 100. Ja. Ansonsten, passt auf euch auf, bleibs gesund, haut rein und bis morgen. Ciao, ciao. Ja, ciao. Untertitelung. BR 2018